Musik Toni hat mich in der Halfguard. Ich greife in Underhook und kontrolliere diesen Arm. Nun rücke ich mit meiner Schulter an seinen Hals und baue Druck auf. Nun führe ich mein Po zur Decke und löse seine Klammer, dass sie immer weiter runter rutscht. Jetzt drehe ich meine Hüfte und bringe das Knie zu Boden. Nun löse ich noch den Rest der Klammer und lande in Kesa Gardana. Noch einmal. Halfguard, Underhook, Kopf zu Boden, Druck mit der Schulter in seinen Hals, kontrolliere den Arm, schüttel ihn seine Klammer tiefer, bringe das Knie zu Boden und rutsche durch in Kesa Gardana. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017